Leute, neues Spiel. Seid ihr bereit? Ich bin Albert Crank, dein ganz persönlicher Berater und Helfer. Du hast vielleicht keine Erfahrung als Campusverwalter, aber die Leute am Freshly County College geben dir nur zu gerne eine Chance. Das ist ja geil. Keine Ahnung, was das über sie aussagt, aber hey, ab nach Freshly Meadows und gründe dein akademisches Imperium. Versuche die Kamera zu bewegen und dich umzusehen. Ja, warum funktioniert mein A nicht? Hä? Die kennen, das Spiel kennt einfach A nicht. So, wir bauen ein Wissenschaftslabor. Das muss die Mindestgröße 5,5 haben. Das ist nicht 5? Hä, wie groß muss das denn sein? Ach, du heilige Scheiße. Das ist ja riesig. Wir können so ein Wissenschaftslegal noch reinpacken. Wie drehe ich das? Kann man das drehen? Gibt es die Taste zum Drehen? Kann das Spiel das? Ah, mit der Maus gedrückt halten. IC. Dankeschön. Dann wollen wir auf jeden Fall noch eine Pflanze hier haben. Pflanzen bieten sich immer gut an hier so in der Ecke. Das sieht halt ein bisschen eng aus, ne? Das sieht besser aus. Und dann ist das ja eigentlich ein guter Raum. Goll. Ja, wobei eher so, weil wir ja hier auch hin müssen wegen den ganzen Sachen. Ach, kein Plan. Das wird schon passen. Ähm, okay, dann müssen wir einen Dozenten einstellen. Lenz hält. Was anderes kann ich eh noch nicht einstellen gerade. Schlechte Körperhygiene. Kriegt ständig Hunger. Hat gerastet ohne zu rosten. Schöne Beschreibung. Gute Arbeit. Wir haben jetzt alles, was wir benötigen für unser Fachologie-Studiengang. Wenn du bereit bist, wähle Folgejahr starten, um unseren neuen Erstsemestler willkommen zu heißen. Bin ich bereit? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Kommen da jetzt Leute? Wollen da jetzt Leute her? Campus Verwaltung, Visualisierungen, Personalverwaltung, Studiengang Verwaltung. Alter, wie viel gibt es denn jetzt hier mit den ganzen Studiengängen? Das ist ja sick. Sozialer Tisch, Brunnen des Wissens. Das sieht alles sehr süß aus. Vorlesersaal haben wir auch. Oh, da kommen sie. Da kommen sie, die Lümmel. Dich, dich lasse ich hier nicht studieren. Du siehst aus wie ein Clown. Du schreibst bestimmt richtig freche Sachen auf Twitter. Warum sieht mein Studierendude aus wie ein Clown? Energie, Essen, Getränke, Gesundheit, Hygiene, Toilettenkomfort, Unterhaltung. Warum ist das meine Aufgabe? Ist das ein Goff? Ist das ein kleiner Vampir-Goff? Das ist ein kleiner Vampir-Goff. Ey, das ist schon süß gemacht, ey. Ich würde gerne eine Toilette machen, aber ich kann... Ich darf keine Toilette machen bis jetzt. Donk. 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 Geschafft! Die Studierenden haben ihre erste Vorlesung bestanden. Leider haben sie nicht besonders gut geschlagen. Es scheint, dass viele vom ein oder anderen Bedürfnis abgelenkt wurden. Studierende, deren Bedürfnisse erfüllt sind, sind zufriedener und weniger abgelenkt und können sich demnach voller Freude und Enthusiasmus auf ihre Studien konzentrieren. Okay. Grundbedürfnisse wie Durst und Toilettenkomfort wirken sich auf die Gesamtzufriedenheit der Studierenden aus. Zufriedene Studierende zeigen in Vorlesungen bessere Leistungen und sammeln mehr Erfahrung. Werfen wir einen Blick auf unsere Studierenden, um zu sehen, wie wir den Campus verbessern können. Das interessiert mich nicht, was die wollen. Um einen einladenden Campus zu schaffen, muss für dreierlei Dinge gesorgt sein. Studierende brauchen Orte, um sich zu entspannen, um sich auszuruhen und um sich zu erleichtern. Haben die jetzt schon Müll produziert? Zwei davon sind eigentlich das Gleiche, aber es heißt nun mal, alle guten Dinge sind drei. Lass uns einen Schlafsaal und eine Toilette bauen, um für den nötigen Komfort zu sorgen. Das muss nur zweimal eins groß sein. Wir brauchen viel mehr als zweimal eins. Wir brauchen ein funktionierendes Klo. Eins, zwei, drei, vier. Toilette, Fenster hinter der Toilette, aber das ist ja nicht schlimm. Aber dann haben wir hier erstmal eine Massentoilette. Das passt doch eigentlich ganz gut. Und dann wollen wir einen Schlafsaal haben. Wie groß muss der sein? Zweimal zwei. Das ist auch irgendwie nicht wirklich groß. So, jeder von denen kriegt seinen eigenen Schrank. Ach, wir bräuchten vielleicht auch einen Schreibtisch, ne? So, dann lass es uns ein bisschen anders planen. Dann packen wir hier zwei Schreibtische zum Lernen rein. Und die Pflanze zählt als Deko, nicht als Pissoir. So, unterschiedliche Betten, damit wir hier ein bisschen mehr Abwechslung haben. Ich glaube, man kann, oh, man kann die Farben wechseln. Cool. Das heißt, ich könnte jetzt das hier nehmen und könnte da einfach so eine andere Farbe draufpacken. Das ist süß. Passt. Jetzt haben wir hier so Massenbetten. Und jetzt wollen sie wahrscheinlich noch... Oh Gott, ich kann plötzlich so viele Gegenstände bauen. Einen Duschraum können wir jetzt auch bauen. Den sollten wir vielleicht auch hier in die Nähe direkt bauen. Der Duschraum hat wahrscheinlich nochmal Waschbecken, damit man Zähne putzen kann. I guess. Und dann wollen wir hier so... Falls du warten musst, bevor du auf die Toilette gehst. Hier noch so eine Bank. Okay, und wir brauchen einen Hausmeister. Hausmeister. Gott, ich liebe dieses Spiel schon jetzt. Das läuft doch eigentlich ganz gut gerade, oder? Oh, wir brauchen hier drin auch eine Toilette. Äh, Müll. Aber wir haben keinen Platz da drin für den Müll leider. Weil ich es halt so voll geräumt habe mit anderen Sachen. Und nebeneinander doch. Aber dann kommt man halt sehr schwer in die Toilette. Aber es müsste eigentlich nicht gehen. Und wir brauchen hier offensichtlich auch einen Müll. Weil die echt überall... Die sind solche richtige Schweinchen. Die packten den Müll echt überall hin. Wobei, wir könnten den auch hier in die Mitte packen. Zwischen. Wir haben keine neuen Sachen bekommen. Aber ich kann hier auch irgendwas bemalen, habe ich gerade gesehen. Oh, cool. Wir können auch so Wände und Böden und so ändern. Geil. Gut gemacht. Diese Studierenden sehen schon viel schlauer aus. Je besser sie sich schlagen, desto größer dein Budget für den Campus. Schlaue Sache, was? Äh, ja, du erhältst Studiengebühren von allen Studierenden, die sich am Campus in Studiengänge eingeschrieben haben. So wie einen Bonus für die Menge an Erfahrung, die sie sammeln. Okay, desto besser die Schüler es sind, desto mehr Geld. Willkommen zu deinem Posteingang. Bibliothek. Die wollen eine Bibliothek? Wofür? Ihr seid eh viel zu dumm. Alter, was sind denn das für coole Sachen? Okay, ich glaube, wir wollen eine größere Bibliothek haben. Ich habe das Gefühl, eine Bibliothek ist grundsätzlich etwas, was wir in einem hohen Ausmaß brauchen werden, wenn ich mir das so anschaue gerade. Wir wollen auch überall einen Mülleimer haben. Und wir wollen so Lerndinger haben. Was genau ist das? Ach, das ist eine Rezeption. Die brauche ich gar nicht dreimal. Es reicht, wenn ich die Rezeption einmal habe. Dankeschön für den Hinweis. Hä, warum muss denn die Pflanze begehbar sein? Niemand braucht eine begehbare Pflanze. Wegen Gießen. Die müssen gegossen werden, die Pflanzen? Wozu denn? Klar, falls der Weg zur Toilette weit ist. Pflanzen müssen gegossen werden. Pia, hast du Pflanzen? Frage für einen Freund, ich habe Pflanzen. Was ist das für eine Meldung hier? Ach, wir brauchen einen Assistenten, der hier arbeitet. I see. Dirk Otzi. Bibliotheksverwaltung. Steigert die Lernkurve in der Bibliothek? Sehen wir mal, wie sich die Studierenden in ihrer nächsten Vorlesung so machen. Oh, monatlicher Gewinn. Ich liebe das, mit der Zukunft von Menschen Geld zu machen. Das klingt so gut, ey. Ich packe mich mal mit der Cam hierhin oder hier so hin. Dann seht ihr zwar das Postding nicht mehr, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Dafür seht ihr, wie viel Geld wir haben. Donk. 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 Seine Studierenden haben sich von drittklassigen Trotteln zu durchschnittlich guten Eierköpfen entwickelt. Fassen wir doch nochmal zusammen, wie dir dieses Kunststück gelungen ist, ja? Bilden, Ernährung, Erweitern. Okay. Glückwunsch, du hast für das Erreichen deiner Ziele etwas Kudosch verdient. Verwende dein schwerverdientes Kudosch, um neue Objekte wie Personaloutfits und Innenausstattungsoptionen freizuschalten. Ja, da kommt der geile Scheiß. Da kommen die richtig coolen Dinge, die keiner braucht. Ich habe mich so auf diese Dinge gefreut. Diese nutzlosen Dinge, die niemand braucht. Zum Beispiel diesen Ententeppich. Der sieben, nee, Kostenbefall. Hm, 750 Euro, wie viel Kudosch habe ich? Ja, ich will einen Ententeppich. Ich wollte diesen Ententeppich so unbedingt. Den da zu diesem rosa Bettchen, da passt er gut hin. Ähm, wir haben ein neues Zimmer gelernt. Aufenthaltsraum. Personalzimmer. Hier ist man von Studierenden sicher. Und was ist der Aufenthaltsraum? Ähm, ein Ort für alle, die glauben, nicht rund um die Uhr befüllen zu müssen. Okay, fangen wir vielleicht mal mit dem Personalzimmer an. Haben wir einen Fernseher? Der kostet so viel, der Fernseher. Und dabei sieht er echt scheiße aus. Es ist so ein Mini-Fernseher. Na gut, dann kriegen die Lernkräfte jetzt einen Fernseher. Damit sie ihre Freizeit möglichst nutzlos nutzen können. So wie man das halt auch erwartet. Und dann möchte ich gerne nicht hier... Ach, das klappt nicht, weil das Ding da hinten so viel Platz einnimmt. Das ist kritisch. Dafür können wir hier jetzt noch einen coolen Ententeppich hinpacken. Das ist irgendwie alles jetzt nicht so der Scheiß. Dart gibt's, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ach doch, da. Dart. Dart passt gut. Und dann brauchen wir noch essenstechnisch was. Wir bräuchten halt irgendwie auch noch einen Sitzplatz. Also irgendwo müssen die ja auch essen können. Nuh mal, wollen wir das vielleicht so hinpacken? Dann macht man sich auch mehr Sorgen, wenn man den Raum betritt. Wenn man das Gefühl hat, dass die Leute auf einen zielen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann hätte ich gerne noch eine Pflanze. Oh, die kann ich auch bemalen. Okay, das ist nicht ganz so krass. Oh, die muss auch gegossen werden. So, Personalraum steht. Dann wollen wir einen Aufenthaltsraum für die Studenten haben. So, was wird hier gemacht? Spülburgbecken. Ach, da kommt auch eine Küche rein. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Küche und einen Mülleimer. Als ob die kochen werden. Die werden nicht kochen. Die werden sowas von nicht kochen. Jawohl, hässliches grünes Sofa. Da sehe ich mich. Und noch ein Sofa sind ja viele Studenten, ne? Wir brauchen unbedingt hier noch einen Ententeppich. Ententeppich? Bilder würden es halt auch noch machen. Aber ich habe nicht mehr. Doch, ich habe noch genug. Ich könnte noch einen zweiten Teppich könnte ich mir noch gönnen. Oder so. Das sieht auch gut aus. Oh, und die Katze. Und ich habe gleich nichts mehr. Egal, einfach ein paar Poster. Die Poster machen alles ein bisschen lebendiger. Das finde ich cool. Und dann machen wir es hier. Noch einen Schlafsaal dazu. Glückwunsch, du hast das Studienjahr gemeistert. Sehen wir uns die Jahresbelohnungen an, um herauszufinden, wie wir uns geschlagen haben. Oh, Leute. Leute. Abschlüsse 0. Verwiesen 0. Bleiben im Studium 10. Durchgefallen 0. Prüfungsdurchschnitt, Notendurchschnitt 84%. Abbrecher 0. Die Sommerpause ist die perfekte Zeit, um dich auf das bevorstehende Jahr vorzubereiten. Verbaue Einrichtungen, gib viel zu viel Geld für Dekorationen aus und sonne dich im Ruhm des vergangenen Jahres. Da sehe ich mich. Erweitern wir unsere Studienangebote um den Studiengang virtuelle Normalität. Neuer Studiengang. Alter, wie viele Studiengänge gibt es denn? Kauf ein neues Grundstück für das zweite Jahr auf dem Campus. Ich soll ein Grundstück kaufen? Warum ist das? Was ist das für ein Symbol? Wahrscheinlich wollen mehr Leute in den Raum, als sie Platz haben. Ach du heilige Scheiße. Das ist ein großer Raum. Okay, ich bin sehr gespannt, was sie da drinnen machen werden mit den Leuten. Wunsch nach Doppelsprungbett. Ach, die wollen zusammen ein Bett haben. Ich habe nicht genug Kudosch für alle eure Anfragen. Es tut mir leid, ich muss leider auf euch scheißen. Ich glaube, die feiern da hinten Partys. Ui, da haben wir gar nicht geguckt, was die machen, ne? Aber die lernen gerade. Wunsch nach Doppelsprungbett. Okay, das ist so ein Ding zum Liebemachen, so ein Bett. Machen wir Mädchen- und Jungsräume oder machen wir einfach gemischt? Eigentlich braucht man auf dem Campus keine getrennten Räume, oder? Eigentlich kann man einfach gemischte Schlafräume machen und die Leute sollen mit den Leuten zusammenschlafen, mit denen sie sich gut verstehen. Weil die sind alle alt genug. Was ist das für ein Bett? Liebensbeziehungen entwickeln. Liebespaar. Das ist ein Bumsbett. Dann lass uns vielleicht privatere Räume, also kleinere Räume planen dafür. Wo man eher, also viele kleine Räume. Wer will denn so ein Bett haben, Mann? Ich muss halt irgendwo auch noch den Kleiderschrank unterbringen. Und das funktioniert nicht, weil dieses Bett so viel Platz braucht. Unkrautbefall. Ich habe keine Zeit für Unkrautbefall. Ich muss dieses Liebesbett unterbringen. Alter, ich kriege nicht mal meine Pflanze rein. Das macht mich richtig wütend. Da passt nichts mehr rein. Das ist grässlich. Das sieht absolut widerlich aus. Ich empfinde so viel Hass. Dann macht die Räume 3x3. Das ist zu groß. Das ist ein billiger Campus. Kein Luxus-Campus. Nee, ich will keine größere Bummshöhle. Ich hasse Liebe. Haselnuss-Diamant-Gesier-Pfirsich-Anstrich. Und ja, genau, boah, das sieht richtig hässlich aus. Lass uns was anderes nehmen. Dieser Pfirsich mit diesem Rosa, das sieht furchtbar aus. Ich muss was anderes nehmen. Ja, das ist besser. Und jetzt habe ich schon wieder nicht genug für den anderen. Ich muss aufhören, für den Scheißgeld auszugeben. Kann ich den Schlafsaal umbenennen? Schlafsaal. Ja. Bums, Raum 1. Wir brauchen auf jeden Fall eine Toilette. Und die sollte auch nicht zu weit weg sein. Waschbecken, Waschbecken, Waschbecken. Und bevor man den Raum verlässt, hier auf jeden Fall zwei Blasegeräte. Haha. Was brauchen die? Ein Schriftgutarchiv. Was ist denn ein Schriftgutarchiv? Ach, das ist noch ein anderes Ding. Ich bin so froh, dass ich das schon so geplant habe, dass wir die Bibliothek ausbauen können. Ja, Bibliothekumbau. Ah, es ist asymmetrisch. Ja, es ist asymmetrisch. Ich halte das nicht aus. Wir wollen immer 3, 3, 3, 3. So, jetzt haben wir es richtig. Und dann lassen wir das da hinten erstmal frei, weil wir in der Bibliothek sicher noch einen Haufen Dinge freischalten werden. Und so haben wir auf jeden Fall erstmal Platz. Guckt mal, wie sie da alle ganz fleißig und brav lernen. Der schläft. Und jetzt müssen wir nur noch Geld verdienen, dann haben wir unseren nächsten Sterne-Punkt abgeschlossen. Oh, Badewannenstatue. Sehr schön. Geil, nächste Zähle. Es ist echt krass, dass diese Gebäude jetzt stückchenweise so mehr Sachen freischalten. Ich finde es sehr cool, aber es ist auch irgendwie dann eine Herausforderung, das halt quasi nochmal alles umzuplanen, was man halt potenziell schon gesetzt hat. Hier haben wir nicht genug Platz, um das unterzubringen, oder? Doch, lol. Mal eben reingeknallt. Nois. Cabriotisch, Fledermäuse, Bank, Neongitarre, Liebesbank. Wollen die irgendwas an? Wollen die auch was lernen? Oder wollen die einfach nur die ganze Zeit... Die sind zum Fallen und zum Bumsen da. Ja, ich merke es. Ich habe aber noch nie einen von denen in diesem Liebestöterzimmer jetzt gesehen, ne? Also, oh Gott, wir haben gerade gebumst. Wir waren zu spät dran, Leute. Wir hätten es fast gesehen. Wir hätten es fast gesehen und wir haben es ganz knapp nicht gesehen. Nicht, dass ich das stocken würde. Dann lasst uns mal hier diesen Bereich ein bisschen schöner gestalten, damit wir hier auch so ein bisschen einen Wohlfühlort bekommen. So, dann schauen wir uns die Auszeichnungen an. Gucken wir mal, was wir im zweiten Jahr geschafft haben. Abschlüsse 0. Ja, können wir auch noch nicht. Prüfungsnoten-Buschnitt. Was hatten wir letztes Mal? Irgendwas bei 70, oder? Durchschnittliche Note A. Ich habe eine durchschnittliche Note von A. Durchschnittliche Externte von Umgebung 83. Durchschnittliches Zimmerprestige 3. Niemand ist rausgeflogen. Bleiben im Studium 30 von 30 tatsächlich. Prüfungsnoten-Durchschnitt 82%. Alter, das ist sick. Nicht nur die Bibliothek braucht Assistenten. Die Dudes brauchen auch alle welche. Liebesbank. Ich habe keinen Bock auf eine Liebesbank. Alter, die ist richtig hässlich. Ach, und die freunden sich alle an. Der hat Note C. Sein Charakter lässt sich nicht durch ein einzelnes zentrales Ideal erfassen. Erst ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und ein bisschen noch nicht ganz sicher. Das klingt nach mir. Es gibt noch viel mehr Gebäude, Leute. Wir sind immer noch in Level 1, weil ich unbedingt die 3 Sterne haben möchte, bevor wir irgendwie weitergehen. Bücherregal der virtuellen Nervosität benötigt. Ich kann es mir nicht leisten. Ich würde so gern. Ich kann es mir nicht leisten, Bruder. Ich finde die Taktik, dass wir hier einen Hauptausgang haben, die Leute rausgehen und bevor sie in ihre Vorlesungssäle kommen, müssen sie an dem Kaffeeladen vorbei. Ich finde, das ist einfach eine Five-Head-Taktik, dass wir das gemacht haben. Einfach Classic. Jeder, der morgens auf dem Weg zur Uni ist, kriegt einfach den Geruch von Kaffee in die Nase. Das ist absolut perfektioniert. Ich meine, wir machen gut Gewinn, aber uns fehlen halt lauter Sachen und dafür fehlt uns Kudosch. Kudosch. Oh, unsere Bibliothek hat Bonuspunkte freigeschalten. Geil. Damit haben wir jetzt 60 Kudos. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch gesehen ein Murmelding. Ach du Scheiße. Wie soll ich das denn noch unterbringen? Ich habe kein, hä, ne, ne, ich kann nicht ne geflügelte Schlange, was ist denn mit euch? Wir brauchen ein, wir brauchen ein Mikroskop. Ich kann keine geflügelte Schlange bauen. Geil. Da haben wir neue Belohnungen gerade freigeschalten. Und jetzt sollten wir genug haben, um, okay, die haben jetzt leider keine Wünsche mehr wegen den Forschungsdingern. Dann kaufe ich jetzt ein Gemüsekiosk. Wir haben jetzt einfach ein Gemüsekiosk statt einem Mikroskop. Ach, das muss dort rüber. Das muss in die Bibliothek. Das war mein Gedankenfehler die ganze Zeit. Und ich fange hier an, mega aufwendig das Ding umzubauen. Dabei ist mit dem alles okay. Und ich hätte einfach nur das andere Ding in die Bibliothek machen müssen. Warum sagt denn keiner was? Karriereziel erreicht, Liebesbeziehung. Geil. Offensichtlich haben die gemeinsamen Betten Wirkung gezeigt. Ich merke, dass ihr einen VR-Projektor braucht, Leute. Ich kann ihn mir nicht leisten. Tut nicht so, als bräuchtet ihr das, um arbeiten zu können. Das ist Blödsinn. Ihr schafft das auch so. Wenn ihr euch genug anstrengt, könnt ihr euch den VR-Projektor euch einfach vorstellen. Jahresabschlüsse sind da. Na gut. Jahr 3, Leute. Abschlüsse 10. Bleibt mit dem Studium 49. Prüfungsnoten-Durchschnitt 81%. Studentenbeziehungen 66. Durchschnittliche Attraktivität der Umgebung 80. Wie viel hatten wir letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Abschlüsse 10. Bleibt mit dem Studium 49. Prüfungsnoten-Durchschnitt 81. Aber hey, das passt doch. Das sieht alles sehr, sehr gut aus gerade. Da kriegen wir überall Geld. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Ich liebe die Dollarzeichen, die hier aufploppen. Wir könnten auch einfach ein riesiges Wahlbecken hier hinpacken. Ich weiß nicht, warum man das machen würde. Aber ich kaufe jetzt ein riesiges Wahlbecken einfach, weil ich kann. Ablehnen. 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 Wissenschaftslabor. Aha. Wenn ich das jetzt auch noch hier reinbekommen würde. Oh, dann kommen wir aber nicht mehr zu dem Ding. Ach, wir haben das auch schon ein anderes Mal da drinnen. Wir können das hier einfach hier reinpacken. Ja, weiter komme ich nicht. Ich kann auch ein Poster aufhängen. Damit sind wir auf Stufe 5. Ich kann halt nur 1000 Poster draufhängen. Aber das macht es ja nicht besser. Macht es das besser? Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas durch Poster besser wird in der Qualität. Was weiß ich schon. Lasst uns einfach alles zuknallen mit Postern. Ja, ich kriege da nicht mehr rein. So, jetzt war es Stufe 6. Lebt damit. Ein paar von denen wollen echt dringend duschen. Ich glaube, ich habe nicht genügend Duschen. Für die Menge an Menschen, die hier leben und wohnen. Ich sehe auffällig viele Dusch-Symbole. Ich glaube, viele Menschen stinken auf meinem Campus. Donnerkugeln. Junge, wie soll ich das denn hier reinbekommen? Junge, wie soll ich denn Donnerkugeln noch hier reinbekommen? Dafür habe ich umgebaut. Für eine überdimensional große Glühbirne. Die einfach nur macht. Auszeichnungen. Abschlüsse 20. Geil. Studentenbeziehungen 66. Attraktivität 83. Zimmerprestige 4. Campus des Jahres. Und Herzblatt. Ah, schön. Niemand durchgefallen, niemals verwiesen, niemand abgebrochen. Geil. Und jetzt schaffe ich das hier zu upgraden. Und damit sind wir fertig. Und damit haben wir eine Glühbirnen-Statue bekommen und können zur Karte. Speichern und verlassen. Und damit sind wir das hier zu machen.